Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Ausgabe von Vendettas Woche. Ja, was gab es in der letzten Woche? Oh, ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen in meinem Kopf. In der letzten Woche gab es auf dem Hauptkanal erstmal vielen Dank zu 390 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich die 400 vor Jahresende zu knacken. Das heißt noch 10 Stück für wie viele Tage habt ihr noch Zeit? 14, naja, an Silvester abonniert keiner. Also von daher sage ich jetzt einfach mal 14 Tage habt ihr noch, lasst es 15 sein. Ja, ich freue mich tierisch, 390 Abonnenten, das ist Hammer. Ich weiß nicht woher die kommen. Und das bei dem Info-Channel, ja, bei dem Info-Channel, der alles zusammenfasst von allen anderen, aber es hält immer noch mein Hauptkanal. So, also in der vergangenen Woche habe ich für euch wieder ein Vendetta-Tested gemacht und zwar I Wanna Be The Gay. Und I Wanna Be The Gay hat bis jetzt 109 Aufrufe und dazu haben Leute geschrieben, wie zum Beispiel der Jaha und Jaha hat geschrieben. Kann man das eigentlich jetzt auch bei dem neuen YouTube-Design? Also ich rege mich jetzt nicht über das neue YouTube-Design auf, ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, also es gefällt mir echt, außer dass, äh, große Let's-Player, äh, wie vorher auch schon, große Let's-Player werden jetzt noch mehr in den Fokus gerückt. Naja. Ähm, ne, ich glaube jetzt sind, äh, Antworten und so sind jetzt untereinander gepackt. Gut, fangen wir mal an. Jaha1 hat geschrieben, wann spielst du das Häschenspiel Winterbells? Google ist dein Freund, erste Link. Ich kenne es nicht, ich, ich werde es mir definitiv mal angucken. Äh, Winterbells. Noch nie gehört, äh, ich behalte es im Hinterkopf. Vielleicht schaffe ich es ja in einem, äh, in der nächsten Woche. Zocker Commander 1 hat geschrieben. Haha, musst du mir voll einen ablachen, wo du die ganze Zeit gefehlt hast. War aber sehr unterhaltsam. Ich habe mal angefragt, ob du einen Hitman-LP machen könntest. Ist das demnächst geplant oder noch nicht? Geplant ist so vieles. Ähm, aber ihr wisst ja, der Dezember, ich habe es in den letzten zwei, wenn du da brauchen, mehr als genug gesagt, ist so voll geproppt mit, mit, mit allerlei Zeug. Ähm. Also in diesem Jahr wird es definitiv nichts mehr. Ich versuche noch irgendwie Let's Plays abzuschließen in diesem Jahr, ob ich das schaffe oder nicht. Liegt auch natürlich ein bisschen, ähm, daran, dass es, äh, Play-Together sind. Äh, ist schwer, schwer die abzuschließen, weil ich muss ja dann auch mit dem Paco zusammen, ähm, zum Beispiel Formel 1 noch. Und wenigstens noch Left 4 Dead, das muss ich noch dieses Jahr irgendwie noch geschissen kriegen, weil Left 4 Dead, das kriegt man noch schnell durchgerotzt. Und ich glaube, bei der Formel 1 sind es noch sechs oder sieben Rennen, die noch fehlen. Also es können noch zwei oder drei Parts sein. Muss man mal sehen. Pseudo hat geschrieben, haha, wie lustig. Master League Gaming hat geschrieben, haha, niemals wäre ich bei dem Game so ruhig geblieben. Niemals. Alter, man merkt, dass du dich stark zusammenreißen musstest, das stimmt. Aber war geil, ich schaue mal, ob ich noch ein schönes Game für dich finde. Hammer Video wie immer halt, wie in, immer halt, Manuel. Der andere Manuel, MathMX84 hat geschrieben, wie du abgehst, zu geil. Und dann hat er noch geschrieben, der Alex wieder top vorbereitet. Bin gerade bei, äh, bei Minute 5 und überlege, ob du denn wohl über Level 1 kommst. Aber jetzt, aber jetzt bis bei so komischen Apples. Ich beömmel mich gerade sowas von sehr schöner Test. Hab ja auch schon geschrieben, dass ich Give Up quasi aufgegeben habe. Kommen net über Level 24, mal sehen, ob ich das mache. Glaube, das ist echt schwer. Du machst es doch super, liebe Grüße, Math. Äh, also, ob er auch hier I Wanna Be The Guy macht. Und, äh, Hilde2993, das ist der Delta, der hat geschrieben. Fazit von Chip.de. I Wanna Be The Guy gilt nicht ganz ohne Grund als eines der schwersten Jump'n'Run-Games. Wer schnell frustriert ist, sollte von diesem Spiel lieber die Finger lassen. Warum muss ich eigentlich immer aufstoßen, wenn ich die Vendetta-Woche aufnehme? Ich weiß es nicht. Hä, hä, aber ich fand's lustig. Ja, es ist, äh, sehr frustrierend gewesen. Und, äh, to the note, ne? Also, ich hab's ja dann irgendwann abgebrochen. So. Ähm, ich hab's ja irgendwann abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Echt, dieses Spiel ging gar nicht. Ähm, kommen wir zu den Kommentaren. Aus der letzten Vendetta-Woche. Was ist mit DayZ Home? Die Seite gibt es leider nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ich hab geschrieben, das stimmt. Der Halunke baut eine neue Seite gerade. Äh, ob das DayZ Home da auch reinkommt, werde ich in Erfahrung bringen. Und dann hat sich mal Halunke zu Wort gemeldet und hat geschrieben, meine neue Seite ist auf blocker.com. Komm, ich weiß nicht, ob ich das da eingebunden kriege. Zur Not kann ich das aber noch woanders hin auslagern. Und ich hab geschrieben, das ist Einsatz, Baby. Das ist Einsatz. Und ich zeig euch das mal. Das ist halunke.blogspot.de. Halunkes Tech-Blog. Ihr wisst ja, der Halunke, der tüftelt gerne, der macht gerne, der tut gerne. Und, ähm, der hat jetzt einen Technik-Blog. Und da gibt es auch weiterhin den DayZ German Patcher. Ähm, ich habe auch den Link im, äh, im Anleitungsvideo habe ich auch verändert. Also, ihr findet den jetzt, äh, hier, halt, auf dieser Seite. Und, sehr erfreulich, vielleicht für den einen oder anderen, der Halunke wird auch Videos machen. Also, merkt euch das. Halunke.blogspot.de. So, genug Werbung gemacht. Äh, ha, wo wir gerade bei der Werbung sind, machen wir gleich weiter. Ich hab einen neuen, äh, Subkanal aufgemacht. Ähm, und zwar Vendetta lacht, sonst keiner. Äh, weil es gab eine Sache im Fernsehen, fand ich saumäßig lustig bei Abenteuer leben. Da ging es um so einen betrunkenen Schwarzfahrer. Äh, ich hab das nirgendwo im Internet gefunden und dann dachte ich so, ja, lädst es mal hoch. Hab sofort Ärger gekriegt wegen Urheberrecht, deswegen hab ich einen neuen, äh, Kanal aufgemacht. Hab da das hochgeladen wegen Urheberrecht und, und Fair, Fair Use Gesetz und so. Und ein bisschen da, äh, bin ich in Berufung gegangen. Also, Einspruch hab ich eingelegt. Mal gucken, ob es was wird. Wenn nicht, ist dieser Kanal auch bald schon wieder weg. Aber schön, dass 10 Abonnenten den Weg dahin schon gefunden haben, obwohl nur ein Video online ist. So. Gehen wir mal weiter. Also, soviel zu Days at Home. In der letzten Woche hab ich gesagt, äh, wenn ihr mich auf der Straße seht und ihr habt dicke Titten und einen Stift dabei, dann unterschreibe ich da auch gerne drauf. Da hat, äh, The Spy LP geschrieben, ich hoffe doch, du meinst Frauenbrü- Frauenbrüsten. Also, Frauenbrüste. Ja, klar mein ich die. Und dazu hab ich geschrieben, auch wenn's nette Männer-Titten sind, das nehm ich nicht so genau, aber Frauenbrüste wären mir doch lieber. Und Pseudo hat geschrieben, 8,56. 8,56, Alex hat nen Frauenbody und Master Lee ist nen cooler Typ. 8,56, dann gucken wir doch mal. Ah, mal wieder. Mal wieder bin ich Lara Croft. Es ist, es ist fatal, dass es auf der Seite da so ist. Naja. Äh, GameUser FF, äh, GameUser VF hat geschrieben. Perfekten Tag getroffen, danke. Achso, Mensch, da fehlen ja noch was. Da fehlt doch noch was. Er hatte nämlich im Vorfeld schon gefragt, gibt es eigentlich auch noch Formel 1 2012 oder ist das beendet? Und ich hab geschrieben, Yip wurde heute aufgenommen. Oder wird heute wohl aufgenommen. Äh. Irgendwie, irgendwie stimmen hier jetzt die Dings nicht dazu. Die, die Antworten. Ich muss irgendwie so. Machen wir es mal so. So sollte das hinhauen, oder? So. Haben wir's? Hier gibt's noch einen. So, gibt es eigentlich auch noch Formel 1 2012 oder ist das beendet? Yip, wird heute aufgenommen. Perfekten Tag getroffen. Masterly Gaming hat geschrieben, so viel, so, Doppelpunkt. Vielen, vielen Dank für das Reinnehmen der Seite. Fühle mich geehrt. Ohne Scheiß. Ich fühlte mich geehrt. Haha, spazieren gehen ist wohl nichts für mich. Ihr seid mein Leben. Haha, wie geil ich das finde. Ohne Scheiß. Richtig fettes Danke an dich. Dafür nicht. Dickes, dickes Danke an dich. Und dann hat er noch was geschrieben. Das mit dem Strike. Hattest du gehört? Paco hat es letztes Wochenende auch. Hey, hat er auch einen bekommen? Wegen Hitman. Der hatte Einspruch eingelegt und der Strike ist weg. Er musste halt das Video löschen und mit deinem Strike. Kack EA hat immer noch nie zurückgeschrieben. Weicheier hauste. PS, mehr Orks must die. Sag dem Malunken. Schönen Gruß. Orks must die haben wir heute aufgenommen. So. Ja, ist das beendet. Immer wieder. Ich hoffe Frauenbrüste. So, nee, das war's schon. Jetzt möchte ich zu was kommen. Und zwar, ich hab eine PN gekriegt. Eine PN von dem Total Final. Und Total Final hat mir geschrieben und da fühlte ich mich äußerst geehrt. Zieht's euch rein. Wenn Detail im Allgemeinen. Ich hab schon ab und an was an deine Pinnwand geschrieben und freue mich immer, wenn neue Uploads da sind. Ich bin auch so um die 30, 33, um genau zu sein. Und dementsprechend kommen wir aus einer Generation. Ich eben aus dem Osten und du aus Gelsenkirchen. Eine Frage. Warum Gelsenkirchen? Ich komm nicht aus Gelsenkirchen. Ich hab immer gesagt, ich wohne irgendwo in der Nähe von Hildesheim. Nicht Gelsenkirchen. Hilde 2993 wird das wissen. Weil Hilde hat mal irgendwo geschrieben, Hildesheim, wir müssen zusammenhalten. Das liegt gar nicht so weit auseinander. Denn viele Redewendungen, die du benutzt, stammen aus eurem Niederdeutsch und sind dem Mecklenburger Platt eher ähnlich. Fui Deivel, lol. Fui Deivel sag ich sehr oft. Ich hab mal zwei Sachen, wegen derer ich mehr als 500 Zeichen brauche und darum eine direkte Nachricht. Erstens, deine Stimme. Neulich war in irgendeiner Vendetta-Woche ein Diss zu deiner Stimme. Also, ich sage... Wie sage ich es am besten? Deine Stimme ist dein Kapital. Ich schätze, dass dich 50% deiner Abonnenten abonnieren, weil du diese Wahnsinn-Stimme hast. Oh, hau. Ähm. Die ist nicht Barry White männlich. Oh. Schade. Und nicht Yandilei schwul. Oh, was ist denn los? Sie ist Vater, sein Sohn, cool. Und das, finde ich, ist so eine... So eine geile... Das ist so ein geiler Satz. Vater, sein Sohn, cool. Dem Vater, sein Sohn. Das ist so... Ja, so rede ich. Dem Vater. Der Mutter. Ähm. Du hast die gleiche Stimme wie Dendemann. Wenn ihr Dendemann nicht kennt, ne? Endlich nicht, Schwimmer. Ähm. Und wer den mag, der mag auch dich. Hoffe ich doch mal. Ey, da müssen wir mal im Dendemann-Forum schreiben, glaube ich. Du musst daran nichts ändern, aber bei dir bewusst... Aber dir bewusst sein, dass jeder, der das kritisiert, jeder neidisch ist. Oh. Hier, hier, merkt ihr. Ich hab dieses, ähm, Teil Honig für meinen Arsch genannt, weil... Das geht runter. Das geht runter wie Öl. Mal gucken. Ähm. Dazu kommt nämlich noch Rede... Äh? Dazu kommt nämlich noch, dass du ähnlich, wenn auch weniger, pointiert sprichst und Redewendungen benutzt. Hammer wichtig. Der bisherige Erfolg, wenn auch noch klein, basiert zu 60% auf diesem Fakt. Schön, dass sich jemand hingesetzt hat, so eine Tafel, so ein Clipboard, wie bei... Wie bei, ähm, na, Peter Zwegert. Und dann hat er gesagt, äh, Redewendung, check. Ähm, was noch? Äh, warte, Redewendung und, äh, was benutze ich noch? Äh, äh, geringfügig, pointiert, äh, check. Ähm. Ähm, das sind 60%, äh, das machen 60% aus. So, ähm, denn natürliche Reaktionen wie Freude, Hass, Missgunst, Neugier, all das kennt man und mag man schon, weil du in diesen Situationen sehr real bist. Äh, ändere das bitte nie. Nö, ich werde mich nicht verstellen, ne? Zweitens, die Themen, ich kann das auch einfach mal, naja, dann wird's unleserlich. Zweitens, die Themen. Ich kann echt gut verstehen, dass du in deinem Kanal einfach spielst, wozu du Bock hast. Das ist auch gut so. Aber diese Spielfreude steht im Gegensatz zu den Erwartungen deiner mal ebenso Abonniererabonnenten. Mal ebenso Abonniererabonnenten. Das sind die, die sagen, oh, ist ein cooles Videoabonnent. Äh, die haben zum großen Teil die DayZ-Folgen gesehen und wollen mehr von dieser natürlichen Leichtigkeit, die du einfach so hast. Darum habe ich in einem meiner Kommentare geschrieben, dass du mehr Serienlike sein sollst. Damit meinte ich aber nicht, äh, wie du groß deine anderen Kommentatoren, wie das Groß deiner anderen Kommentatoren, dass du komplett und ungeschnitten Gameplays anhängen sollst. Das hatte ich nämlich damals da drunter verstanden. Vielmehr, dass du der erste DayZler sein sollst, der sich Quests auferlegt und diese zu erfüllen versucht. In Anbetracht dessen, dass DayZ nach einem Spielsinn schreit und selbst die Entwickler nicht sicher sind, wo die Reise hingeht, habe ich mir überlegt, dass du der Mann wärst, der halt sagt, laufe ohne dich zu bewaffnen nach Czerno und töte mit der Axt 10 Zombies, besorge dir die nächste Schusswaffe, die du findest und nimm keine andere auf und töte damit einen Spieler. Da kann man auch Partner wie Mav und Lee und Ella einbinden. Ella kannst du knicken, Ella mag kein DayZ. So war meine grobe Idee. Ich denke auch, dass du über kurz oder lang nicht an den dicken Titeln vorbeikommst. Das Ding mit die A ist schon krass, aber was du in deiner Freizeit spielst und Bock drauf hast, das musst du zu YouTube. Und jedes Was ist denn das für ein Scheiß werden die Leute mögen. So, ich finde echt, dass du das Zeug zu einem Riesen in der deutschsprachigen Kommune hast. Vielleicht ist dir das Anregung. Beste Grüße von der Ostsee, Tim. So meine lieben Freunde. Und dann hat er noch einen Link geschrieben. Ich muss noch kurz gucken, wie es zeitlich ist, gerade so. Das hat, also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Tim. Diese Nachricht finde ich, A, natürlich ist es mega geschmeichelt, keine Frage. Aber B ist die Idee, die du dahinter hast. Fantastisch. Und zwar rufe ich jetzt einfach mal auf. Schreibt, also die, die DayZ sehen wollen, schreibt eure Quest-Ideen unter dieses Video. Ich brauche Quests für DayZ. Also, diese Sache, was der Tim hier geschrieben hat, wird gemacht. Habe ich heute schon mit dem Halunken besprochen. Es ist natürlich noch nicht so hundertprozentig ausgeklügelt, aber das sind auf jeden Fall drei Aufgaben. Renne nach Czerno und töte mit einer Axt zehn Zombies. Besorgt ihnen eine Schusswaffe und mit dieser Schusswaffe töte einen Menschen. Das ist, das ist geil. Das machen wir und da freue ich mich schon tierisch drauf. Also, es liegt an euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ich muss noch mal kurz die Zeit checken. Schreibt mir in die Kommentare, was für Quests in DayZ möchtet ihr sehen. Und, äh, der Halunken und der ich. Wir fragen an, an die, die da draußen WarZ haben. Wer von euch hat noch so ein Gast-Account? Wir bräuchten zwei Gast-Accounts, weil wir beide uns gerne mal WarZ angucken möchten und das natürlich dann auch hier bei YouTube präsentieren möchten. Aber wir sehen noch nicht ein, uns das Spiel zu kaufen. Also, wer WarZ gekauft hat und hat noch Gast-Accounts, diese 48-Stunden-Accounts, und braucht die nicht unbedingt, der nimmt mal bitte Kontakt mit mir auf. So, da die Zeit drängt, ihr wisst wie es ist, ähm, sage ich einfach mal, das war eine kurze Vendetta-Woche. Aber ich hoffe eine für euch sehr, sehr, ähm, weiterbringende Vendetta-Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Vendetta Tested, Vendetta Let's Played und Vendetta Wochiert. Hau rein, meine Freunde. Ciao, ciao.